Rai, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa m'ala. Letztes Mal haben wir das Kapitel über die Pflicht des Gemeinschaftsgebetes beendet. Und wir haben auch darüber gesprochen, welche Vorzüglichkeit so ein Gemeinschaftsgebet mit sich bringt. Und wir haben auch darüber gesprochen, zu guter Letzt, wie man sich im Gemeinschaftsgebet hinstellt. Und damit sind wir fertig und heute beginnen mit einem neuen Kapitel. Und zwar lautet es, babun fi ahkama, lati tata'allaqo bil masbuqo. Also geht es um die Nachzüge beim Gemeinschaftsgebet, wenn man also spät zum Gemeinschaftsgebet kommt. Zusammengefasst ist nach der richtigsten Ansicht der Gelehrten, dass derjenige, der zu spät zum Gebet kommt, das Gemeinschaftsgebet dadurch erreicht, dass er eine Raka'a noch mitbekommt vom Gemeinschaftsgebet. Also mindestens eine, die letzte natürlich. Wenn er mehr als eine Raka'a mitbekommt, dann hat er das Gemeinschaftsgebet nicht mitbekommen. Und hier müssen wir aber unterscheiden. Wenn wir sagen, er hat das Gemeinschaftsgebet erwischt, oder hat das Gemeinschaftsgebet nicht erwischt, was meinen wir damit? Damit meinen wir, dass er an diesem Gebet teilgenommen hat, gesetzlich gesehen. Das bedeutet, das ist als Beispiel, wenn er, ihr wisst, dass derjenige, der zum Freitagsgebet zu spät kommt, wenn er die letzte Raka'a noch mitbekommt, nach dem, was wir gerade gesagt haben, dann hat er das Freitagsgebet noch erreicht. Wenn er allerdings zum Beispiel in das Gebet eintrifft, nachdem der Imam schon zur Niederwerfung heruntergegangen ist, heruntergegangen ist, in der zweiten Raka'a, zum Sujud heruntergegangen ist, dann hat er natürlich die zweite Raka'a verpasst. Und insofern hat er das Freitagsgebet an sich verpasst. Und das bedeutet für ihn, dass er, wenn der Imam fertig ist, seine vier Raka'a nachholen muss und nicht mehr zwei, weil sein Freitagsgebet automatisch dann in ein Wohr-Gebet umgewandelt wird. Aber, jetzt könnte jemand auf die Idee kommen und sagen, naja, wenn ich schon zu spät komme zum Gebet und sowieso nicht mehr das Freitagsgebet miterwische, oder irgendein anderes Gebet genauso, dann kann ich ja auch warten, bis der Imam fertig ist mit dem Gebet, was viele Leute machen. Sie kommen in die Moschee und sehen, dass der Imam schon im letzten Tasha'at sitzt. Und dann sagen sie untereinander, die zwei Leute, die Freunde, die halt reinkommen, sagen, setzt euch jetzt nicht hin, also betet nicht mit ihnen mit, sondern wartet, bis sie fertig sind und dann beten wir alleine zusammen in der Gemeinschaft. Ein neues Gemeinschaftsgebet. Und das ist auch nicht richtig, sondern die Person soll mitbeten, mit der Gemeinschaft, auch wenn sie keine einzige Raka'ah mit der Gemeinschaft zusammen gebetet haben. Weil die Belohnung des Gemeinschaftsgebetes bekommen sie insha'Allah auf jeden Fall. Weil ja der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass man sogar, wenn man zum Moschee kommen möchte, um ein Gemeinschaftsgebet zu verrichten, und man findet vor, dass die Leute schon gebetet haben, dann bekommt man genau die gleiche Belohnung, als hätte man mit der Gemeinschaft gebetet. Insofern, unter dem anderen Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ma adraktum fassallu, das heißt, was ihr noch vom Gebet erreichen könnt, erwischen könnt, das betet mit. Also dann, wenn man also sagt, also ich bete nicht mit, warte bis sie fertig sind, dann hätte man natürlich diesem Hadith zuwider gehandelt, logischerweise. Insofern, das Gemeinschaftsgebet, von der Belohnung her, hat man insha'Allah erreicht. Aber gesetzlich gesehen, hat man dieses Gebet an sich nicht mehr erwischt, wenn man die letzte Raka'ah nicht mitbekommen hat. Und ich denke, an diesem Gebet ist es klar geworden, insha'Allah. Dann, liebe Geschwister, diese Raka'ah, wann ist der späteste Zeitpunkt, an dem derjenige, der Nachzügler ist, die Raka'ah noch mit erwischt? Und zwar, wenn er den Raku'ah der letzten Raka'ah erwischt. Das heißt, die Verbeugung der letzten Raka'ah. Und Raka'ah wird manchmal so übersetzt als Gebetssequenz, weil es so eine Einheit ist. Und diese letzte Verbeugung im Gebet, wenn er die erwischt, dann hat er die letzte Raka'ah erwischt. Und allgemein, jede Raka'ah, jede Gebetssequenz, jede Gebetseinheit, jeder Gebetsabschnitt, erwischt man dadurch, dass man in dieser Raka'ah die Verbeugung erwischt. Aber weil der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat, Wer die Verbeugung erwischt, hat die Raka'ah erwischt. Der Hadith ist bei Abu Dawud und er ist sahih. Und ebenso kennt ihr den berühmten Hadith von Abu Bakr, bei Al-Bukhari, wo er zum Gebet kam. Und dann waren die Sahaba mit dem Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, in der Verbeugung. Und dann hat er was gemacht? Er hat sich vom Weitem hingestellt und ist da auch in die Verbeugung gegangen, obwohl er sich nicht in die Reihen eingereiht hatte. Und danach hat er sich verbeugt, weil er wollte unbedingt diese Raka'ah mitbekommen. Und dann hat er, nachdem der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat, Zama'Allahi man Hamida, die ist aufgegangen, und dann ist er nach vorne gelaufen im Gebet, bis er in den Reihen drin war. Und dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ihm nicht gesagt, dass er diese Raka'ah nachholen muss. Und das weist auch darauf hin, dass man die Raka'ah wodurch erwischt, indem man die Verbeugung noch mitbekommt. Jetzt, wenn der Imam in der Verbeugung ist, wann ist in dieser Situation der letzte Zeitpunkt, wann man den Imam noch erwischt in der Verbeugung? Und zwar, sobald er anfängt zu sagen, Sama'Allahi man Hamida. Sobald er das Sin spricht von Sama'Allahi man Hamida, der erste Buchstab von SS, das Sin auf Arabisch, dann ist er aus der Verbeugung raus und hat sich praktisch in das Stehen begeben, in Al-Qiyah begeben. Und dann ist die Verbeugung also vorbei. Wenn man dann reinkommt, dann würde man die ganze Raka'ah nachholen müssen. Wenn man jetzt in das Gebet eintritt, wie tritt man dadurch ein? Man sagt Allahu Akbar im Stehen. Man muss Allahu Akbar im Stehen sagen. Man darf nicht zum Beispiel zur Reihe laufen und dann runtergehen, angenommen die Leute sind gerade im Ruku' oder sie sind gerade im Sujud, in der Niederwerfung, egal. Dann darf man nicht einfach sich in die Reihe hinstellen und dann sich runterbewegen und dabei Allahu Akbar sagen. Weil dieses Allahu Akbar nennt man Takbirat Al-Intiqal. Das heißt, dass derjenige Takbir, den man sagt, um von einer Position zur nächsten zu kommen. Das ist dieser Takbir. Und der Takbir, den wir aber brauchen, ist welcher? Der erste Takbir vom Sara. Das ist der Takbir, das man ins Gebet reinkommt. Und das ist ein Unterschied. Diesen nennt man übrigens Takbirat Al-Tahrim. Tahrim kommt vom Wort Haram. Warum? Alhamdulillah. Weil dadurch, dass man Allahu Akbar sagt, am Anfang des Gebetes, werden einem bestimmte Dinge verboten, die einem vor Halal waren. Deswegen heißt Takbirat Al-Tahrim. Und auch gesetzlich gesehen, ist etwas anderes. Takbirat Al-Tahrim dadurch, dieser ist ein Rücken. Dieser ist ein Rücken. Eine Säure des Gebetes. Aber Takbirat Al-Intiqal, da gibt es manche Galat, die sagen, es ist ein Sunnah. Und wir haben gesagt, wir bevorzugen, als wir diese Durchführung haben, dass wir bevorzugen, dass wir sagen, dass es wajib ist. Allah weiß am besten, wenn wir ihm auch sagen, ist etwas anderes. Das ist der Takbirat Al-Tahrim. Und wenn man aber bei der Gemeinschaft mitbeten will, und sie sind schon in der Verbeugung, dann muss man also Allahu Akbar im Stehen sagen. Man sagt Allahu Akbar im Stehen, und dann begibt man sich erst zur Position, wo die Leute es gerade sind. In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt Allahu Akbar im Stehen, und dann sagt man noch einmal Allahu Akbar, um sich dieser Übergangstakbir sozusagen, von dieser Position des Stehens, zur Position, wo sie gerade sind. Das ist, wenn man dieser Ansicht folgt, dann folgt man dieser Ansicht, oder die Gärten, die dieser Ansicht folgen, folgen dieser Ansicht, weil das ursprünglich gesehen immer so der Fall ist. Immer wenn du eine Position wechselst im Gebet, sagst du den Takbir. Außer in einem Fall, und du dich von der Verbeugung, die du hier aufstehst, heilenstellst, dann sagst du, Allahu Akbar im Stehen sagen, und direkt zur Position runtergehen. Und jeder weiß, wenn er in diese Situation gerät, und möchte vielleicht gerade noch den Ruku erwischen, dass er dann nicht damit beschäftigt ist, oder sich nicht damit beschäftigen möchte, den Takbir zu sagen, der auch nicht unbedingt viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, weil man so meistens sagt, während man sich bewegt. Aber den kann man weglassen, weil es gibt eine Überreferung dazu, über Umar bin Khattab, dass er gesagt hat, also, sinngemäß um den Takbir, der Integral, dieser Takbir von Position zu Position, um den kümmere ich mich in solchen Situationen nicht. Insofern kann man den weglassen. Und aufgrund dieser Überreferung, und auch aufgrund der Tatsache, dass eigentlich bewegt man sich ja nicht von diesem Stehen, von dem ersten Takbir, zu der, sage ich mal, Verbeugung. Das ist eigentlich nicht dieser Positionswechsel. Denn das erste Stehen hat man nur gemacht, um ins Gebet hineinzukommen. Normalerweise würde man jetzt die Fatah lesen, und dann würde man das Allah-Akbar sagen. Oder stellt euch vor, ihr stellt euch ein Gebet hin, und ihr wollt dann zum Sujud runtergehen. Normalerweise, also, ist das nicht der Weg, dass man vom ersten Stehen zum Sujud geht, oder vom ersten Stehen zum Sitzen geht, wenn er gerade sitzt. Das ist also kein Übergangstakbir im eigentlichen Sinne. Allah weiß am besten. Aber, besser ist, man sagt diesen Takbir, dann hat man auf jeden Fall ihm gesagt, und es schadet ja nicht. Und wie gesagt, wenn man ihm sagt, wie es sein soll, und zwar, wenn man ihn spricht, während man sich bewegt, weil ihr wisst, ja, manche Leute sagen diesen Takbir, wenn sie schon angekommen sind, im nächsten Rukun. Also, angenommen, manche Leute, sie stehen, den Koran haben sie gelesen, dann sagen sie, Allahu Akbar, und dann machen sie Rukun, Verbeugung. Und andere, sie verbeugen sich, und dann, wenn sie angekommen, sagen sie Allahu Akbar. Und dazwischen gibt es Stufen, ja, und, wie gesagt, also, man soll auf jeden Fall darauf achten, dass der Takbir gesagt wird, während man sich bewegt. Er muss nicht komplett gesagt haben, während man sich bewegt, aber Hauptsache, während der Bewegung sagt man den Takbir, teilweise zumindest, weil, allein schon der Tatsache, dass man der Meinungsverschiedenheit aus dem Weg geht, weil es gibt manche Gelehrte der Hanbalidischen Rechtsschule, die gesagt haben, dass wenn du dein Takbir sagst, während du schon angekommen bist, zum Rukun, dann ist dein Gebet weg, ungünstig. Ja, also warum? Weil der Takbir ist bei ihnen Wajib, ja, und der Takbir ist Wajib, und wann ist er Wajib? Es ist zwischen den Arkanen. Und wenn du absichtlich ein Wajib weglässt, dein Gebet weg. Okay, das ist klar. Deswegen, also allein schon dieser Sache aus dem Weg zu gehen, soll man den Takbir zum richtigen Zeitpunkt sagen. Gut, egal, in welcher Situation die Gläubigen im Gebet gerade sind, wenn du kommst, begibst du dich in die Position, wo sie sich gerade befinden. Aufgrund des Hadithes von Abu Huraira, der mit dem Propheten, S.A. zuschreibt, dem er sagte, إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَىٰىٰ وَنَحْنُ سُجُدُنْ فَسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا Wenn ihr zum Gebet kommt, während wir gerade in der Niederwerfung sind, dann werft euch auch nieder. Oder dann werft ihr euch auch nieder. Aber wertet dies nicht. Oder zählt dies nicht. Und gemeint ist die Raka'a. Die zählt nicht. Wenn man im Sajud ist, weil das ist natürlich nach der Verbeugung schon längst. Deswegen, also, diese Raka'a wird nicht mehr gewertet. Wie ist es mit der Fatah eigentlich? Normalerweise, die Fatah ist auch ein Rokun, aber der entfällt. Dieser Rokun entfällt. Das heißt, wenn du, es gibt zwei Situationen. Entweder du kommst, also die Relevanz sind jetzt für die Fatah. Entweder du kommst ins Gebet und du kannst noch die Fatah lesen, dann liest du sie. Oder du kannst sie nicht mehr lesen oder nur teilweise lesen, dann entfällt sie. Du weißt natürlich nicht, wie lange noch Zeit das zu lesen ist. Weißt du nicht. Kannst du nicht wissen. Selbst wenn er Surat al-Kawthar anfängt zu lesen, weißt du nicht, weil vielleicht fügt er noch eine Surah hinzu, was nie vorkommt, aber kann ja mal vorkommen. Man darf ja mehrere Surah lesen in einem Raka'ah. Wie dem auch sein, man liest dann die Fatah, sobald man kommt und wenn dann Allahu Akbar sagt, da hat man ja immer noch ein paar Sekunden Zeit, aber man Angst hat, dass der Imam jetzt Semi'Allah und Mohammed sagt, nee, dann muss man auf jeden Fall die Lesung unterbrechen und in die Kurve gehen. Und wenn dann der Imam jetzt folge die Situation, du hast mindestens ein Raka'ah verpasst, wann holst du sie nach? Und zwar nachdem der Imam den zweiten Taslim gesprochen hat. Natürlich, wenn ich sage, nachdem der Imam den zweiten Taslim gesprochen hat, also nach links, dann meine ich natürlich damit in dem Fall, wenn er entspricht, weil es kann sein, er ist ihn weg. Denn wir haben gesagt, als wir über die Arkaner Salah gesprochen haben, haben wir gesagt, es gibt vier verschiedene Versionen, die authentisch überliefert sind, wie man den Taslim sprechen kann. Und eine davon ist, dass man eben Assalamu alaikum nur einmal sagt und zwar nicht ganz geradeaus, sondern ein bisschen nach rechts geneigt. Einmal und das war's. Und natürlich in diesem Fall steht man direkt danach auf. Wie dem auch sei, wenn der Imam mit dem Taslim fertig ist, mit dem gesamten Taslim fertig ist, dann steht man auf und holt nach. Ich weiß nicht, warum manche Leute schon aufstehen, nachdem man im ersten Taslim gesprochen hat. Das Gebet auf jeden Fall ist insha'Allah gültig, weil der zweite Taslim ist sowieso Sunnah und kein Rücken. Aber das Mindeste, was wir sagen, ist eine, wie sagt man, also sie haben sich ein bisschen vorausgeeilt, sind sie ein bisschen vorausgeeilt, weil der Imam ist noch nicht fertig. Also insofern ist es ein bisschen problematisch, aber insha'Allah ist ihr Gebet gültig. Auf jeden Fall warten, bis der Imam fertig ist und das Taslim und dann steht man auf. Gut. Jetzt gibt es eine bekannte Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten aufgrund unterschiedlicher Überlieferungen, die alle authentisch sind. Der Teil, den du nachholst oder der Teil, den du betest, nachdem der Imam fertig ist, ist das der Teil, den du am Anfang verpasst hast oder ist das der Teil, den du am Ende noch nicht gebetet hast. Um das zu verdeutlichen, das Duhur-Gebet hat vier Raka'at. Du kommst in der dritten Raka'at rein, betest mit dem Imam eins, zwei Raka'at. Für den Imam waren es aber die dritte und die vierte. Für dich ist es die dritte und die vierte gewesen oder war es für dich die erste und die zweite. Das ist sehr entscheidend, weil dadurch damit hängt zusammen, ob du zum Beispiel sagen wir beim Isha-Gebet im Isha-Gebet da liest man in den ersten zwei Raka'at laut. Wenn du jetzt nur zwei Raka'at mitbekommen hast vom Isha-Gebet und holst jetzt zwei nach, willst du da jetzt laut lesen, weil das die ersten zwei sind oder willst du leise lesen, weil das für dich die dritte und die vierte ist. Das war sehr entscheidend. Und darüber gibt es wie gesagt zwei bekannte Ansichten für den Geräten und die einen stützen sich auf die Überlieferung indem der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam gesagt hat was ihr verpasst habt das vervollkommen nett oder das vervollständigt. In dieser Überlieferung das ist der Beweis für diejenigen Gelehrten die gesagt haben dass man mit dem Imam der Imam hat zwar die dritte und vierte gebetet ich habe aber die erste und zweite gebetet und jetzt vervollständige ich mein Gebet indem ich nach dem Imam aufstehe und bitte ich meine dritte und die vierte. Das ist die eine Version aber dieser Hadith an sich wurde auch überliefert mit einem anderen Wortlaut und zwar ist es nicht fa'atimu das vervollständigt sondern faqadu und das Wort yaqadi hat zwei Bedeutungen und eine davon ist das holt nach und jetzt holt man nach wie kann man nachholen man kann nur nachholen wenn der Teil den man mit dem Imam gebetet hat der dritte und die vierte war und jetzt holt man die erste und die zweite nach weil die hat man verpasst da ich aber ich habe gerade angedeutet dass dieses Wort yaqadi zwei Bedeutungen hat die eine Bedeutung ist nachholen und die eine Bedeutung andere Bedeutung stimmt über ein mit dem ersten Hadith und deswegen ist die bevorzugte Ansicht dass man nicht nachholt sondern sein Gebet vervollständigt das heißt also zusammengefasst noch einmal wenn man mit dem Imam die dritte und die vierte Raka'ah gebetet hat gebetet hat dann war das für einen selbst die erste und die zweite daraus ergibt sich vieles unter anderem also darauf kann man aufbauen wenn man diese Regel verstanden hat ergibt sich automatisch ein Daraus ergibt sich zum Beispiel wenn du mit dem Imam in der dritten vierten Raka'ah reingehst und er betet gerade meinetwegen das Zuhur Gebet oder lassen wir das Zuhur Gebet weg und das Asr auch sondern wir nehmen das Isha Gebet aus einem bestimmten Grund im Isha Gebet ist uns nicht bekannt dass man nach der Fatiha in der dritten vierten Raka'ah etwas liest das ist mir nicht zu Ohren gekommen beim Zuhur und Asr Gebet sehr wohl dass man auch nach der Fatiha lesen kann aber im Isha Gebet nicht jetzt wenn ich mit dem Imam die dritte und die vierte Raka'ah gebetet habe und das ist für mich die erste dann lese ich nach der Fatiha hinter dem Imam also obwohl der Imam nur die Fatiha liest und der Imam normalerweise liest die Fatiha länger als die Leute die hinter ihm sind absichtlich damit jeder mitkommt logischerweise dann wenn ich fertig bin lese ich danach eine zweite Sura und in der zweiten Raka'ah ebenso die für den Imam die vierte ist ist das klar was ich gesagt habe oder soll ich es doch wiederholen weil wenn nicht dann könnt ihr jetzt oder danach lieber danach nochmal fragen jetzt wenn es das ist die Ansicht die wir jetzt gerade gesagt haben dass die richtigere Ansicht ist aber nach der zweiten Version wenn man die vorfindet wie gesagt kann man niemanden vorwerfen aber es ist die weniger richtige Ansicht aber nach der zweiten Ansicht würde es was bedeuten wenn der Imam gerade die dritte und vierte Raka'ah vom Isha Gebet verrichtet betest du hinter ihm und liest nur die Fatiha weil das ist für dich auch die dritte und die vierte klar gut ok und daraus ergibt sich dem Geschwister auch das nächste ob man laut oder leise liest also wenn der Imam die dritte und vierte verrichtet vom Isha und ich stehe jetzt auf um noch zwei Raka'ah nachzuholen nach der richtigen Ansicht bete ich jetzt die dritte und die vierte und deswegen lese ich leise ansonsten würde ich laut lesen gut ähm was auch jetzt liebe Geschwister zum äh zu diesem Thema gehört und dann ist dieser Block mehr und weniger abgeschlossen und zwar wenn man in das Gebet eintritt und der Imam liest schon die Fatiha ab dem Zeitpunkt dann entfällt die der Dua des Tiftah das heißt der Dua den man sagt am Anfang die meisten Leute sagen Subhanakallahumma äh oder irgendwelche andere Ad'ir die überniefelt worden sind die entfallen logischerweise weil der Imam liest jetzt den Quran äh und du bist aufgefordert äh ohne ins Detail zu gehen allgemein dem Quran zuzuhören und dich nicht zu beschäftigen mit irgendeinem Dua zu sprechen während der Quran gelesen wird im Gebet natürlich gemeint ja gut äh dann liebe Geschwister folgendes was auch zusammenhängt mit diesem äh Gemeinschaftsgebet die Leute die hinter dem Imam beten kann man in vier Kategorien einteilen die erste Kategorie von solchen Leuten sind diejenigen die ähm der Imam der ist schon viel weiter als sie und der Imam ist schon zwei Positionen weiter und die sind immer noch hinten dran okay das passiert wann das kann passieren äh meistens bei bei Leuten die äh vielleicht neu im Islam sind also was auch schon passiert mir besitzt beim Gebet beim Sujud und die anderen standen noch hinten haben noch den Quran gelesen also aber die waren noch neu im Islam ja das passiert äh auf jeden Fall das ist der erste Fall dass Leute sind also viel zu spät dran der zweite Fall ist dass man dem Imam folgt der dritte Fall dass man gleichzeitig sich mit dem Imam bewegt und der vierte Fall dass man sich vor dem Imam bewegt äh gucken wir uns die vier Situationen nochmal an die erste Situation ist dass man sich viel zu spät bewegt als der Imam wenn man es absichtlich macht logischerweise dein Gebet ist weg weil das ist kein Gemeinschaftsgebiet mehr ja wenn der Imam schon im Sujud und du stehst noch liest im Quran noch dann stimmt was nicht dann hast du nicht mit dem Imam gebet dann ist dein Gebet ungültig sollte es einen anderen Grund geben dass du zum Beispiel äh aus voller erschöpfen nicht mitgekriegt hast oder du warst blind wir waren es bevor bewahren und du kannst auch nicht hören taubstummen ja dann das ist was anderes aber sobald man dann weiß dann holt man eben diese Positionen nach dass man mit dem Imam mitkommt ja ansonsten achte man darauf dass der Imam wenn er Allahu Akbar sagt und seine Position wechselt wechselst du deine Position mit ihm und sagst nicht äh und wartest nicht also zu lange ja weil manche Leute zum Beispiel wenn man im Sujud ist im ersten Sujud in der ersten Sajda dann machen sie Dua und dann sagt der Imam Allahu Akbar setz dich hin und sagt und sagt jetzt gleich Allahu Akbar für die zweite Sajda und die anderen sind noch im Sujud weil sie sich jetzt vorgenommen haben lange Dua zu machen ja diese der Prophet sallallahu a'ala hat zwar uns angesprochen dass wir lange Dua machen sollen im Sujud aber nicht zu lang dass wir mit dem Imam nicht mehr mitkommen das ist natürlich nicht damit gemeint deswegen liebe Geschwister wenn der Imam die Position wechselt wann ist das Sunnah dass man sich bewegt Sunnah ist dass man sich bewegt der zweite Fall Al-Muttab'a und zwar sobald der Imam sich bewegt hat danach bewegt man sich und dafür gibt es klare Beweise dafür und die wir gleich anschauen werden der dritte Fall der ist Makruh dass man sich gleichzeitig mit dem Imam bewegt egal was gleichzeitig macht und es macht sowieso und der vierte Fall ist Haram weil man vor dem Imam was macht klar wer ist absichtlich vor dem Imam was macht darüber reden wir gleich dann ist natürlich sein Gebet aber ungültig das ist klar aber angenommen du machst angenommen du bewegst dich vor dem Imam aus Versehen du gehst in eine Position aus Versehen du hast irgendein Geräusch gehört und dacht es werde taquiert oder was auch immer dann musst du zu der Position zurück wo du vorher warst und bewegst dich dann von dort aus zum richtigen Zeitpunkt noch einmal weil die Bewegung war an sich ungültig und zusätzliche Bewegung die keine Bedeutung hat jetzt reden wir bevor wir zu dem Eigentlichen kommen noch einmal über die dritte von diesen Situationen und zwar diejenigen die man gleichzeitig macht das ist auch Makro weil der Prophet eben angeordnet hat dass man das nach dem Imam immer alles macht also nicht gleichzeitig und jetzt wann findet man das öfter vor man findet das vor wenn der Imam irgendein Takbir oder irgendeine Aussage viel zu lang die Länge zieht das heißt wenn der Imam zum Beispiel sagt Allahu Akbar anfängt zu sagen während er noch im Stehen ist dann automatisch die Leute dann bewegen sich mit ihm weil die Leute die gerade die hinteren Reihen die sehen den Imam ja gar nicht und jeder von uns kennt das dass es ihm passiert dass sobald der Imam das von Allahu Akbar sagt dann bewegt er sich schon und manchmal passiert es dann dass man aus Versehen sogar vor dem Imam und vom Anfang richtig logisch und deswegen liebe Geschwister wenn der Imam die Sunnah umsetzt und die Mumin auch dann ist es völlig egal darüber haben wir schon mal gesprochen ob man die Imam sieht oder nicht man hat kein Problem damit man hat kein Problem damit wo sich das auch zeigt ist wenn der Imam beim Taslim beim Sagen von Assalamu alaikum wa rahmatullah links und rechts das zu lang in die Linke zieht was übrigens nicht überliefert worden ist sondern es ist gegenteil überliefert worden aber nicht authentisch es ist überliefert worden dass man den Taslim kurz und knapp sagen soll Assalamu alaikum wa rahmatullah so ist es überliefert worden dass man es sagen soll aber das ist nicht authentisch überliefert worden aber wir brauchen diese Überlieferung nicht um zu zeigen dass man es nicht länger ziehen soll und nicht also nicht absichtlich lange in die Länge ziehen soll weil wir wissen ja bei den Gottesdiensten ist es ja genau umgekehrt derjenige der diesen Ausdruck in die Länge zieht der muss uns sagen warum er es gemacht hat und nicht wir müssen ihm sagen dass es kurz ziehen soll weil normalerweise wenn da steht der Prophet sagt er nach links und rechts oder nach rechts und links Assalamu alaikum wa rahmatullah das verstehe ich darunter ich verstehe darunter dass ich sage Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah das war ich kann nicht aus dem Hadith verstehen dass ich sagen soll Assalamu alaikum wa rahmatullah das kann ich nicht darunter verstehen aber wenn der Überlieferer das mir sagen wollte hätte er das gesagt dass er es in die Länge gezogen hat das ist nicht die normale Art wie man es spricht ok wie dem auch sei in diesem Moment passiert es dass der Imam dieses sehr lange in die Länge zieht und dann sagt der Imam hinter ihm aus Versehen oder absichtlich vor dem Imam Assalamu alaikum wa rahmatullah ja und dann Wallahu alam ist sein Gebet kein Gemeinschaftsgebet mehr sondern sein Gebet ist dann ein Fahrtgebet ein einzelnes Gebet das ist wie wenn du aus dem Gemeinschaftsgebet du darfst ja aus in einer Notwendigkeit aus dem Gemeinschaftsgebet herausgehen ja darüber haben wir aber auch schon mal gesprochen Wallahu alam und zwar angenommen du bist nur das verdeutlichen angenommen du bist in einem Gemeinschaftsgebet und jetzt mittendrin das war vorher nicht plötzlich fängt dein Magen an zu drücken oder deine Blase anzudrücken und du hast nicht damit gerechnet oder du hast gedacht inshallah das Gebet ich habe ihn noch locker und dann gehe ich danach was man noch nicht machen soll aber und dann mit dem Gebet drückt es so sehr oder aufgrund einer Krankheit oder Schmerzen was auch immer sagst du dir ich möchte jetzt das Gebet zu Ende verrichten und dann gehen weil ich kann nicht warten bis der Imam fertig ist das kann besonders passieren wenn der Imam sowieso lange beten will weil es das Nachtgebet im Ramadan ist dann betest du einfach alleine dein Gebet zu Ende wieder das sind Notwendigkeiten statt dein Gebet abzubrechen betest du dann alleine zu Ende und gehst dein Gebet raus und das war's dann bist du fertig dann hast du am Tisch dann ist dein Gebet wie gesagt hast du eben alleine gebetet und durch eine Person gehen wir davon aus dass es für sie genauso gilt wenn der Taslim spricht fort im Imam dann hat das Gebet alleine beendet wenn das allerdings im zweiten Taslim passiert ist kein Problem obwohl es natürlich ein Widerspruch ist zu dem was der Prophet gesagt hat also kein Problem im Sinne von dass das Gebet nicht ungültig ist oder das Gebet nicht gültig ist meine ich aber Problem schon weil der Imam hat noch nicht fertig gesagt du sagst es vor ihm das darfst du nicht und die Beweise sind dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte im Hadith bei Bukhari beim Muslim der Beweis erstmal dafür dass man nicht vor dem Imam irgendwas machen darf und zwar sagt der Gesandte Allah Sallallahu habt ihr nicht Angst dass wenn jemand von euch den Kopf hebt vor dem Imam dass Allah seinen Kopf in den Kopf eines Esels umwandelt oder seine gesamte Gestalt in die Gestalt eines Esels umwandelt und ihr wisst liebe Geschwister Allah ist zu allen Dingen mächtig ebenso sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam auch bei Bukhari beim Muslim der Imam ist dafür dass man ihm nachmacht Fala Tarka'u Hatta Yarka'u Wa La Tasjudu Hatta Yasjudi deswegen Waalikums Salam geht nicht in die Verbeugung bis er in die Verbeugung geht und werft euch nicht nieder bis er sich nieder wirft jetzt könnte jemand sagen gemeint ist werft euch nicht nieder bevor er anfängt sich niederzuwerfen oder verbeugt euch nicht bevor er sich anfängt sich zu verbeugen nein das ist nicht damit gemeint denn die Freunde des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam haben sich erst verbewegt wenn der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam schon in der nächsten Position war und das wird dadurch klar im Hadith von Al-Bara Ibn Azib Radiallahu Anhu sagt er Kunna nu salli ma'an Nabiye Sallallahu Alaihi Wasallam Fala yahnu ahadun minna Zahrahu Fala yahnu ahadun minna Zahrahu Hatta Yaran Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Yadda wir haben Al-Bara Ibn Azib sagte wir beteten mit dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam immer zusammen niemand von uns hat angefangen seinen Rücken zu beugen sie standen niemand von uns hat angefangen seinen Rücken zu beugen bis wir nicht gesehen haben dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam schon seine Stirn auf dem Boden platziert hat der Hadith ist bei Muslim und bei Abu Dawud ja und deswegen findet man bei vielen gebetenden hinter dem Imam dass sie sich beeilen und vor dem Imam in der Position ankommen und das ist wie gesagt im Gifestal gegen die Sunna und wenn er das wüsste wenn er das wüsste dann müsste er sein Gebet diese Position noch einmal zurückkehren zu der Position wo er vor war und dann noch einmal die Bewegung zur richtigen Zeit mitmachen und wenn er das erst erfährt nachdem er fertig ist nach dem Gebet dann muss er die Raka'ah nachholen denn er kann diese Position nicht mehr nachholen und wenn er einen Rücken einfach weglässt und es erst viel später merkt wie wir gelernt haben dann muss man ja die gesamte Raka'ah nachholen und der Prophet sagte das heißt verwirkt euch nicht vor mir noch werft euch vor mir nieder noch beendet euer Gebet vor mir ja Vor dem Imam, oder dem Imam vorauszueilen. Also schneller zu sein als der Imam, ist unter Beeinkunft der Imame haram. Und man darf sich zum Beispiel nicht vor dem Imam verbeugen, erheben, niederwerfen. Und darüber gibt es zahlreiche Hadithe über den Propheten, die dies einem verbieten. Und dass man vor dem Imam sich bewegt und irgendwas macht, ist ein Spiel, das der Schaitan mit einem treibt. Damit der Mensch sein Gebet nicht vollkommen verrichtet. Denn die Frage, die man sich stellt, ist, was profitiert man denn, wenn man vor dem Imam seine Position gewechselt hat? Null, nichts. Gar nichts. Denn am Ende, du kannst sowieso dein Gebet nicht vor ihm beenden. Das geht nicht. Deswegen, manche Leute sind ungeduldig und wollen gleich runtergehen, bevor der Imam Allah-Akbar gesagt hat. Aber das bringt ja nichts, weil du kannst eh nicht dein Gebet vor ihm beenden. Also beruhige dich und genieße dein Gebet und versuche Allah, so viel wie möglich zu gedenken. Und deswegen achte man darauf, die Geschwister. Und auf der anderen Seite natürlich sagen wir, aber das geht dich jetzt als Ma'mum, jemand dahinter, der Imam steht, wenig an. Sondern es geht mir den Imam an. Der Imam natürlich auch soll sich kurzfassen. Denn der Prophet, sallallahu aallam, sagte, Und zwar sagt er, wenn jemand andere im Gebet anführt, dann soll er sich kurzfassen. Aber, liebe Geschwister, was heißt es denn, sich kurzzufassen? Sich kurzzufassen, wir wissen, dass der Prophet, sallallahu aallahu aallam, sich kurzgefasst hat im Gebet, logischerweise. Weil er hat in diesem Hadith gesprochen und er ist der Imam der Gläubigen überhaupt und der Imam der Propheten überhaupt. Und er hat natürlich das umgesetzt, was er gesagt hat, logischerweise. Und trotzdem hat er im Jumu'ah Gebet zum Beispiel manchmal in der ersten Raka'ah Surat Al-Jumu'ah gelesen. Und die geht fast eineinhalb Seiten. Und dann hat er in der zweiten Raka'ah Surat Al-Munafiqin gelesen. Und die geht auch ungefähr eineinhalb Seiten. Das sind insgesamt drei Seiten, so Raka'ah. Für manche Leute gilt das schon als zu viel. Ebenso hat der Prophet, sallallahu aallahu aallahu aallam, am Freitag im Fajr-Gebet, hat er in der ersten Raka'ah Surat Al-Sajda gelesen. Und Al-Sajda geht drei Seiten nach. Und dann hat er in der zweiten Raka'ah, im Fajr, Jumu'ah, am Freitag, hat er Surat Al-Insan gelesen. Und Al-Insan geht circa zwei Seiten lang. Also nur damit man sich bewusst macht, und fünf Seiten, zwei Raka'ah, das sind schon so eine gute Viertelstunde oder 20 Minuten, mehr oder weniger. Aber wie gesagt, das, was der Prophet gemacht hat an sich, ist die Erleichterung. Übertrieben ist was anderes. Übertrieben ist, wie wir in manchen Überlieferungen mitgeteilt bekommen haben, ist, dass ein Sohabi, das Hadith kennen wir alle, einmal Surat al-Baqarah lesen wollte. Im Isha-Gebet. Da haben sich Leute beschwert. Okay, da haben sie recht. Aber bei dem, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat, das war nicht zu viel. So. Jetzt noch ein paar, zwei, drei Punkte. Jetzt sind wir fertig. Alhamdulillah. Und zwar, wir haben gesagt, wenn man vor dem Imam etwas macht, dann muss man zu der Position zurückkehren und es nochmal machen. Und wie wir sehen, liebe Geschwister, das gilt für was? Das gilt für die Arkan. Das gilt für die Arkan. Und zwar, das heißt für die Säulen im Gebet. Die, die Bewegungen sind. Bewegungen im Gebet. Ansonsten, was man sagt, das hat damit nichts zu tun. Wenn ich vor dem Imam etwas sage, was rücken ist, und absichtlich, das ist gar kein Problem. Weil angenommen, wir sitzen im, ein Beispiel, über das es keine Meinungsvollständigkeit gibt, wir sitzen alle in der letzten Sitzung, vor dem Teslim, und der Imam, aus irgendeinem Grund auch immer, ist noch nicht fertig mit Al-Tahiyyatulillah. Und das ist dann ein Drucker. Und jetzt sagst du, Al-Tahiyyatulillah, vor dem Imam, fertig. Das ist gar kein Problem, weil das ist auch, wie wir logischerweise nachvollziehen können, es geht ja darum, dass man ein Gemeinschaftsgebet verrichtet. Und wenn man vor dem Imam was macht, eine Bewegung oder so, man sieht das in Weitem, es ist kein Gemeinschaftsgebet, die beten nicht zusammen. Aber wenn du dir etwas leise sagst, vor dem Imam, ist doch egal, es macht kein Problem. Und genauso, also wenn du zum Beispiel auch die Fatihah lesen würdest, vor dem Imam, bevor er fertig ist, angenommen, du kommst ins Gebet, und du sagst, ich möchte die Dua des Tifah nicht lesen. Den Eröffnungsdua. Und du liest direkt die Fatihah, vor dem Imam, bevor er anfängt zu lesen, dein Gebet ist gültig und das ist überhaupt kein Problem, wenn man also in diesem Fall einen Rückenvorfall sagt. Nein. Gut. Dann jetzt noch folgende Punkte. Drei, folgende drei Punkte etwa, insha'Allah. Nummer eins, wenn man im Gemeinschaftsgebet ist, das ist eher ein heutiger Fall, eine Sache, die heutzutage passiert. Und zwar, du bist im Gemeinschaftsgebet, lieber Bruder, liebe Schwester, und es gibt Stromausfall. Und das passiert heutzutage besonders, weil die Moscheen teilweise so gebaut werden, dass die Frauen die Männer nicht mehr sehen können. Und deswegen, wenn dann Stromausfall passiert oder die Batterie vom Mikrofon aus ist, dann kriegen die Frauen nichts mehr mit. Wie dem auch sei, die Frauen können dann kurz abwarten. Wenn es dann irgendwie weitergeht, weil es eine technische Störung gab, dann holen sie einfach diese 1-2 Positionen nach, die sie verpasst haben. Ansonsten sollte der Imam schon an der Position angekommen sein, der folgenden Raka'ah, an der sie stehen geblieben sind. Sie waren im Rukur und dann der Imam ist schon jetzt im nächsten Rukur, von der nächsten Raka'ah. Dann beten sie einfach mit dem Imam mit und holen nachher ein Raka'ah nach. Ansonsten sollten sie merken, dass der Strom nicht mehr kommt und das Gebet schon lange eigentlich vorbei sein müsste. Dann beten sie einfach alleine weiter und jede Frau für sich und wie gesagt beabsichtigen, aus dem Gemeinschaftsgebet auszutreten und dann haben sie eben das getan, was sie tun können und Allah weiß am besten Bescheid. Nummer 2, Wann sagt der Ma'amun den Taslim? Da geht es zwei Ansichten darüber, bekannte Ansichten. Die eine ist, dass der Imam Assalamu alaikum und Rahmatullah nach rechts gesagt hat und dann sagt er Assalamu alaikum und Rahmatullah nach links, dann sagt derjenige, der hinten dran ist, erst dann sagt er auch Assalamu alaikum und Rahmatullah nach rechts und Assalamu alaikum und Rahmatullah nach links und diese Gelehrten begründen es damit, dass sie sagen, der Taslim an sich ist eine, ein Akt, ja, besteht aus einmal nach rechts und nach links Assalamu alaikum und Rahmatullah sagt, sie sehen das als eine Einheit und die allermeisten Überlieferungen sind ja, wie wir gesagt haben, dass man nach rechts und nach links sagt und wir sehen das eben als eine Einheit und die zweite Ansicht ist, dass man, sobald der Imam den Taslim nach rechts gesagt hat, sagt man auch danach, wenn der fertig ist, sagt man den Taslim nach rechts und dann sagt der Imam den Taslim nach links und dann sagt man ebenfalls den Taslim nach links und sie begründen es damit, dass sie sagen, beide Taslims sind voneinander unabhängig, der rechte ist sowieso ein Rücken und der linke ist Sunnah und es gibt ja auch Überlieferungen, dass man den Taslim nur einmal spricht und insofern sagt sie erst die eine Ibadah, dann machen die andere hinten nach und dann die zweite, dann machen die zweite nach und sie sagen, es könnte ja auch sein, dass der Imam nur nach rechts sagt und dann würde man umsonst warten, wie doch sei, das ist ein kleiner Witz am Leben bei, auf jeden Fall, wie gesagt, beide Ansichten gibt es und es ist eher eine Art Vollkommenheit, welche Ansicht du eher folgst und Allah weiß am besten Bescheid. Letzte Angelegenheit, weil es um das Kapitel Nachzügler geht, beim Gebet, dem Geschwister, die allermeisten Gelehrten, unter ihnen die vier Rechtsschulen, sind der Ansicht, dass jemand, der ein Nachzügler ist, nicht als Imam fungieren darf. Wodurch zeigt sich das, angenommen, du kommst zu spät zum Gebet, dann holst du nach dem Imam, wenn der Imam fertig ist, ein Raka'ah nach oder mehr und dann kommt noch jemand rein, der noch später ist als du und betet dann neben dir und bezeichnet oder nimmt dich dann als dein Imam an. Und betet hinter dir oder neben dir und macht dich sozusagen zum Imam. Nach der allermeisten Ansicht der Gelehrten gilt das nicht und deswegen sollte man möglichst die Sache aus dem Weg gehen. Es ist eine Sache, die nicht überliefert ist, wie manche Gelehrte gesagt haben, widerspricht aber nicht und bedingt den Text beweisen und deswegen soll man der Sache aus dem Weg gehen. Weil es ist eine Sache, die mit Sicherheit möglicherweise stattgefunden haben muss. Also damals, damit meine ich was. Ich meine nicht, dass man einen Nachzügler zum Imam macht. Nein. Ich meine, dass Leute zu spät kommen zum Gebet und nachholen und dass danach nochmal Leute kamen, die zu spät. Das muss stattgefunden haben in der Zeit des Propheten mehrfach, vielleicht nicht sogar täglich. Und wenn wir nichts darüber erfahren haben, dass irgendjemand einen Nachzügler zum Imam gemacht hat, dann ist es schon ein starkes Indiz, dass man der Sache aus dem Weg gehen sollte. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa barak ala binan muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam at asliman kathira. Also, wir sehen uns aus den Niemalm und den Niemalm auf den Niemalm auf den Niemalm aufn am den Niemalm des Niemalm und den Niemalm da wo wir haben ein der Niemalm Untertitelung des ZDF, 2020